Hey, herzlich willkommen bei Handball Inspires. Gensheimer und Co. begeistern uns immer wieder mit ihren Trickwürfen, welche gerade in ausweglosen Situationen oft den Unterschied ausmachen. In dieser Videoreihe möchte ich euch mein Training zum Thema Trickwürfe, Heber, Dreher, Leger auf allen Positionen für euer Training mit an die Hand geben. Von der Erwärmung bis zum Abschlusswettkampf liegt der Fokus auf dem technischen Erwerb und dem Verbessern eurer Trickwürfe. Bleibt am Ball und lasst euch inspirieren. Viele Trainer arbeiten beim Torhüter-Einwerfen nicht weiter explizit an ihrem Trainingsschwerpunkt. Dadurch verschwinden sie viel Zeit und fördern auch nicht die nötige Kreativität, die es braucht für die Trickwürfe. Wir möchten deshalb unseren Spielern kleine Aufgaben mitgeben, wodurch sie gerade ihre Handgelenksarbeit weiter verbessern können. Viel Spaß jetzt bei der Übung. Okay, zwei Reihen. Jeder mit Ball. Teute einwerfen. Immer kleine Vorgeschichte, Vorübung. Auf die Hände oder direkt kurz oben? Direkt kurz oben. Erste Situation, jetzt ganz viel aus dem Handgelenk. Seid da mutig. Traut euch wirklich, wenn ihr es könnt, aus der oberen Position jedes Mal zu kommen oder aber auch voll reinzudrehen, ob Gegendreher, Heberleger, wie auch immer. Erste Aufgabe, sehr einfach. Ball hinter der Puppe langspielen. Ball aufnehmen, hinter der Puppe langspielen. Außen kommen. Schuss frei, kurz oben. Immer abwechselnd. Los geht's. Versucht ihn einmal aufkommen zu lassen. Kurz zur selben Aufgabe nochmal. Versucht wirklich reinzudrücken. Lasst ihn einmal aufkommen. Und wer aus der ersten Bewegung hier oben kommt und den reinlegt und der zweiten Bewegung irgendeinen schlechten Ball aufnimmt, auch wieder hochgeht und dann unten zeigt, der macht jetzt auch schon den nächsten Schritt. Los geht's. Ja, das ist gut. Oben wieder zack und zack. Ja, genau, genau so. Auch aus der schlechten Position immer wieder öffnen. Immer wenn du es schaffst. Immer wenn du es schaffst, hilft es dir, wenn du den Ball nach oben nimmst. Wir gehen nach unten. Situation, ich glaube von rechts. Es ist einfacher für die Rechtshänder. Also geht nach Innen-Links-Händer. Einfach wo ihr steht, völlig egal. Maximaler Spin, dass der Ball sich um die Puppe dreht und hier ungefähr rauskommt. Sollte der hier rauskommen, Schlaghoftäuschung, tippen, gegen die Hand weg, falschbeiniger Absprung, kurz unten. Okay? Ist kein Problem. Mach's trotzdem. Ja, genau. Mach's trotzdem. Genau. Und wegbrechen. Genau. Wer tippen muss, kann tippen. Kein Problem. Falschbeinig unten. Und nach hinten soll der kommen. Nach hinten soll der kommen. Okay, viel Erklärungsbedarf nochmal da. Komplexe Geschichte. Erste Sache. Ja, wir müssen nicht hier hinter stehen. Ein Meter weg, reicht völlig aus. Und dann versucht mit maximalem Spin. Ihr müsst doch nicht von oben kommen, sondern wirklich, dass wir es maximal versuchen, dass der Ball hinter der Puppe aufkommt und sich hier ungefähr rausdreht. Zwei schnelle seitliche Schritte links. Ball aufnehmen. Ja. Ein Schritt. Ich will übers falsche Bein. Schlagwurf, Täuschung. Hüftwurf, Schlagwurf. Wie auch immer. Hier rein. Wer tippen muss, tippt. Ansonsten übers falsche Bein und nimmt richtig das Schwungbein mit hoch. Und dann kurz unten. Los geht's. Kein Problem. Kein Problem. Fang gleich normal an. Ja, genau. Perfekt. Zack. Und explodieren. Denkt auch dran, Tempowechsel haben wir schön bei. Wir haben einen ruhigen Moment. Mach einfach, mach einfach, mach einfach. Zack. Ah, weiter geht's. Zin. Ganz locker. Hier raus. Hier raus, ganz locker. Mach's einmal, zweimal hier draußen. Ja, wo geht's? Jawohl, schön hochgedrückt. Komm, locker, komm, locker raus, komm. Zack. Nimm ihn dir, genau. Jawohl, genau. Aufbau. Aufbau von der Übung davor. Der erste Pass ist mir egal wie durch die Beine. Ja. Erster Pass, egal wie durch die Beine. Zweiter Pass. Jetzt ist es wichtig. Egal wie, aber ich gucke nicht in die Richtung, in die ich laufe. Das heißt, wenn ich jetzt nach da passe, spiele ich mir einfach hier durch. Ja. Dann drehe ich mich. Schnappe mir den Ball. Gehe richtig an sechs Meter. Weitbeinige Abdrung nach außen. Wir lassen viel Abstand dazwischen, sodass Lennart wirklich v-förmig rauskommen kann. Bewegung zum Tor. Egal, welche Seite anfangen. Fang außen an. Dann sind wir nämlich auch wieder außen. Ja. Erste Situation völlig frei. Genau. Zweite Situation. Innen stehen und hinten rein spielen. Los geht's, Jungs. Probier's. Weiter, weiter, weiter. Komm. Ja, aber kein Problem. Kann auch tippen. Kann auch tippen. Kann auch tippen. Kann auch tippen sein. Wie auch immer. Aus dem Handgelenk raus. Genau. Schnell orientieren. Beidbeiniger Abdruck. Halbe Höhe. Holen die, holen die, holen die, holen die. Ja, ihr könnt den Ball jetzt wunderbar steuern. Ihr steuert den Ball. Und der Hände, gut, gut, gut. Schnelles Tempo weg. Kein Problem, kein Problem. Machen wir nochmal. Machen wir nochmal. Los geht's. Kein Thema, kein Thema. Denkt dran, wer es schafft, den Arm hochzunehmen vorher, wird besser. Wer es schafft, den Arm hochzunehmen mit Ball, wird besser. Weil der kommt aus der Wurf-Situation. Gut so, gut, Moritz. Und rüber. Oh ja, gut, Tim. Lass ihn richtig aufkommen. Trau dich da, drück drauf. Ja, gut. Und weg. Halbe Höhe, halbe Höhe, Schuss. Kein Problem, kein Problem. Halbe Höhe. Okay. Ein wenig, ein wenig Schussgeschichte. Gerade jetzt für die Bewegung mal Druck aus dem Unterarm rauszubringen. Deshalb Schuss über das falsche Bein jetzt hier an der Hüfte. Wer es schafft, wirklich weit weg mit dem Körper zu bleiben. Das heißt, setzt den Fuß ungefähr hier hin, sodass wir hier raus schießen können. Einfache Vorbewegung mit der linken Hand, mit der linken Hand durch die Beine aufnehmen. Wer zwei Schritte braucht, links, rechts, macht es. Wer den Ball aufnimmt und hier direkt explodieren kann, der schießt drauf. Freier Schuss. Kannst du rüber, können wir immer von der Wurfseite machen. Genau, los geht's, komm. Versuch wirklich weg vom Gegner zu sein. Richtig rumdrücken. Schön, schöne Bewegung. Machen wir mal noch eine Runde. Wie gesagt, Jungs, achtet darauf, dass ihr mit dem Körper, der ist euch nicht im Weg. Ihr könnt eigentlich auch gerade schießen. Jetzt wollen wir bloß ein Hindernis da haben. Und dann gehen wir hier rein. Und zieht den richtig durch, ein bisschen Effet mit draufbringen. Wer einen Aufsetzer macht mit Effet, ist auch schwierig zu halten. Okay. Kreisläufer, Finn und Ron. Kreisläufer, Finn und Ron. Ungefähr hier hin. Ja, ungefähr. Moritz, Moritz. Schwarze Ecke. Genau, schwarze Ecke. Nee, du brauchst keinen Ball. So wegnehmen. Und das passt auch. Tim, ich mach mal nach vorne. Einfacher Pass, Effet. Von oben. Von oben. Bodenpass zum Kreisläufer. Kann jetzt richtig Druck drauf kommen. Nimm den Ball hoch. Handgelenk jetzt fest am Anfang. Und dann oben rumdrehen. Außen. Außen lang. Und du fängst den Ball. Steigst hoch. Und erstmal ein freier Schuss. Okay. Los geht's. Ja, genau das. Gut. Ja, den kann er. Den kann er. Kurze. Komm hintereinander weg. Hintereinander weg. Aber Torhüter. Für den Torhüter, klar. Wenn Lennart kurz Pause braucht, kein Problem. So. Tim, jetzt überleg dir schon mal, wie du es gleich erklärst, was du da machst. Ja, du stellst dich jetzt leichter hin und erklärst mal, was du da machst. Und welche. Ja, ist schwieriger? Ja, das ist vielleicht auch gewollt. So. Komm kurz rüber. Ramara kann auch rankommen. Dann können wir es nämlich sehen. Mach mal den ersten. Dann kriegst du den zweiten Ball. Dann kriegst du den dritten Ball. Mach mal drei hintereinander. Komm ruhig richtig ran. Wollen wir uns mal wirklich angucken. Und dann schauen wir mal, welche Aspekte nicht unwichtig sind bei der Drehbewegung über dem Boden. Los geht's. Und der letzte. Okay, ich finde was. Sag du erstmal selber was, was dir wichtig ist bei der Bewegung. Arm nach hinten und dann. Ich finde zwei Aspekte, die er zeigt. Aber wie gesagt, dass der Arm um ist, dass der Ellenbogen schon weit hinten ist. Und dass ihr euch traut, das Handgelenk so lang wie möglich über den Ball zu lassen. Um damit diese Bewegung ephäre aufzudrücken. Okay. Bälle nochmal hin. Bälle nochmal hin. Lennart, wenn du jetzt rauskommst. Gegen ein. Wenn du rauskommst und früh dein Standbein zeigst. Dann steigt ihr maximal hoch und macht einen Dreher am Standbein vorbei. Okay. Wenn er normal hält, machen wir ein normales Tor. Wenn er früh sein Standbein zeigt, machen wir Standbein. Los geht's, Jungs. Komm. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Jetzt noch richtig Druck drauf. Wenn er Standbein zeigt. Entscheidung. Gehen wir gleich mal zum Kreisläufen. Okay. Bälle sammeln. Wir machen noch eine Runde davon. Ja, ist völlig egal. Wir können auch Gegendreher machen. Völlig egal. Wichtig ist mir jetzt, komm einfach raus. Mach jeden Schuss jetzt. Ja, dass wir ein bisschen Techniktraining haben. Du kommst jeden Schuss raus. Zeigst früh an. Aber wenn sie es dir nicht wirklich verkaufen, dass sie schießen wollen. Ja, das fehlt jetzt noch. Ja, steige richtig hoch. Und dann Dreher. Ob Gegen- oder Zuhand, völlig egal. Aber wir wollen es so lange wie möglich verkaufen. Wenn wir jetzt auch noch, stell dich mal hoch jetzt zum Beispiel aufs Rechte. Aufs Linke meine ich. Aufs Linke. Völlig in Ordnung. Dann können wir auch ein bisschen noch rüberfallen. Und dann Gegendrehen. Ja, rein oder mal. Ja, du fängst den Ball einen Schritt hoch. Okay. Verkauft es ihn richtig. Und jede Situation ist jetzt ein Dreher. Letzte Übung dadurch. Letzte Übung. Passt Dreher. Los geht's. Passt auf die Bälle auf. Passt auf die Bälle auf. Und macht am besten am Standbein vorbei, Finn. Ja, genau. Völlig in Ordnung. Am Standbein vorbei, Finn. Kein Problem. Mach nochmal. Mach nochmal. Komm. Komm. Oh Mann. Das ist einfach ein gnadenlos guter Abwehrspieler. Dieses Torhüter einwerfen fordert die Kreativität und Handgelenksarbeit. Jetzt war es mir besonders wichtig, dass die technische Einführung des Aufsetzerdrehers von oben hier Einzug findet. Ihr könnt das aber auch für euren Schwerpunkt, zum Beispiel dem Leger an der Puppe vorbei, dem Kopfroller, auch nutzen. Lasst auf alle Fälle die Zeit beim Torhüter einwerfen nicht verstreichen. Und fördert die Kreativität eurer Spieler in jeder Sekunde. Denn Handball inspiriert. Und für die Kreativität und 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 die Kreativität.